Nioh, komm mal mit. Hallo? Tschüss. Und gleich nochmal hinterher. Gleichmals. Plump. Fällt die direkt da rein? Hm. Okay. Das Ding muss aus. Aber wie? Ich renne mir noch nicht in meinem Weg rum. Vielleicht so. Na, verstehe. Alles klar. Da ist das Zeug rein. Das kann ich da ran kleben. Na genau. Dann mache ich nämlich erstmal das so. Wir binden. Ich glaube, das kann jemand ausschalten. Ich glaube, das ist gar nicht so gewollt. Aber ja, egal. Link, guck mal. Das muss für eine der Speyer sein. Sieht wie ein Wasserrad aus. Ja? Ach was. Wie kriege ich den jetzt betätigt? Wie kriege ich den jetzt betätigt? Ich glaube, ich glaube, ich habe um... Ich glaube, ich glaube, ich... Ich glaube, ich habe das nicht. Komm mal mit. Klar, bleibt doch da hängen. Festkleben kann ich das da dran nicht. Frage ist, ob das so richtig ist. Freu dich gar nicht. Was ist das hier? Ich muss irgendwie machen, dass sich das halt bewegt. Dass ich das drehen kann. Aber wie? Warum stehst du mir immer den Weg rum, Junge? Das freut dich nicht. Hallo? Wie der hier überall dran rumklettert, was er nicht soll. Mach mal kurz aus. Okay, dann fatscht er da rein. Dann schwebt er. Wahrscheinlich ist das völlig falsch, was ich ja versuche. Wahrscheinlich völlig falsch. Hm. Wieso soll ich das denn drehen? Bitte. Hm. Hm. Okay Natürlich geht das dadurch wieder zu Geht das? Festkleben kann man das, ja Toll Warte mal, wenn ich das Ding anmache, ne Hier sieht es an Es bleibt halt so hängen Ups Äh Wolltest du eigentlich drum machen Warum drücke ich denn immer die falschen Knöpfe gerade? Ich wollte es eigentlich so machen Ups Dann ist das Ding offen da Aber das bringt nichts Scheinbar Aber es leuchtet Hat zumindest geleuchtet gerade Oh, die Kugel ist wieder rausgekommen Warum? Hm, ehrlich ist Hm 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 Das hier ist generell nicht, ne? Ne, die Kugel schwimmt wieder hoch. Das ist schon mal nicht die Lösung. Hm. Ah, zack. Das ist halt das, was da dann runterfließt. Okay. Aber wie soll man die denn machen? Machen. Ups, ich wollte es gar nicht wieder verbinden. Hm. Wie das da jetzt dran ist. Gott. Und der macht ja auch gar nichts, ne? Wasser. Really? So einfach? Klasse. Einer der Speyer ist offen. Gut gemacht. Bleiben noch drei Stück. Bibi. Oh Mann ey. Und ich denke hier so kompliziert. Ja, da ist das Dreckshaus. So. Der nächste ist da und da. Und er steht natürlich, ne. Okay. Okay. Ich würde sagen, er steht wieder da unten. Aber jetzt ist hier auch alles für der Gegner. Nice. Hallo. Oh, toll. Voll vorbei. Wow. Okay, die hauen ordentlich rein. Oh Mann. Mist. Mist. Gegner. Ja. Zum Glück. Muss ich das nicht nochmal machen. Ich muss da rüber. Okay, da ist Feuer. Bestimmt noch irgendwie so ein Gang. Wie komme ich denn da rüber? Und das Ding geht hier halt nicht hoch. Und wo ist er jetzt wieder abgeblieben? Ach. Hallo. Was? Wieso hat er mich getroffen, dieser Drecksack? Er hat auch gar nicht wirklich rausgeholt. Toll. Oh, ich hasse das. Ich hasse das. Da bist du. Wird gemacht. Wird gemacht. Und komm mit. Mal gucken, was da ist. Ach, wieder weg. Untergeschoss 1. Ja, da wollte ich eigentlich gar nicht so rein, Junge. Ach, da bist du. Okay. Wer kommt nicht mit, ne? Untergeschoss 1. Okay. Zack. Das war knapp. Ja, kann ruhig ausbleiben erstmal. Wow. Kriege ich die so weit rüber auf das Ding? Ich hoffe mal. Joa, erstmal festkleben. Okay. Dann gib mal her. Nee. So. Muss ich hier nochmal hoch. Ich kann doch klettern, oder? Ja, gar nicht. Kriege ich die? Ach, da oben hängt noch eine Tour rum. Egal, will ich nicht. Eigentlich wollte ich nur die Kugel haben. Zack. Was haben wir denn? Hier. Okay. Verstehe. Was ich erstmal mach. Ich seh das Ding hier. Ich weiß nicht, ob ich das so betätigen soll. Ah, dann kommt er wenigstens rein. Dann... Ups. Muss ich das doch wieder dran festkleben? Zack. So, dann hält das. Dann gib mal her. Das ist deine Kraft. Das ist deine Kraft. Okay. Nummer zwei. Toll, Link. Nun müssen wir nur noch die letzten zwei Speyer öffnen. Ja. Na komm mit. Oh Gott. Auch nur Zufall, dass ich das Ding hier unten gefunden hab. Die Frage ist nur... Wie kommen wir zu den... Zu der anderen Insel da drüben hin? Hallo? Ich liebe es, wie man hier so hoch springen kann. Hallo, wo bleibst du? Ach, da ist er. Ach so, weil wir das in der Mitte unten gemacht haben, ist jetzt nur noch der da, oder wie? Scheint so. Aha. Aha. Ach, das klappt ja nicht. Schade. Hä? Oh, ich hab keine Pfeile mehr. Nice. Kannst du den auch mal angreifen, Junge? Boah, ist der näher. Ähm. Mach mal so. Nein. Nein. Haha. Toll. Ich will seine Kraft haben. Gib her. Jetzt. Okay. Oh Mann ey. Manche Gegner. Ach, das ist wieder das nur? Wie komm ich da rüber? Ich will erstmal was gucken gehen. Ich aktiviere das einmal. Zu früh. Wir müssen warten, bis alle Krüge voll sind und dann Wasser marsch. Und... Ach man, ich wollte es einmal testen. Wie komm ich denn da hoch? Wie komm ich denn da hoch? Hm. Hm. Hab ich nen Ballon? Nö, ich hab auch ne Rakete. Hm. Warte mal. Ja. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Dann das Ding noch. Dann mach ich mal was. Mal gucken, ob's klappt. Hm. Zack. Mal wieder auf den Kopf. Klatsch. Ich mach nen Hoverboard. Das hoffentlich auch in die Lüfte heben kann. So. Ups. Was war der falsche Knopf? Ähm. Was mach ich mal? Hier ran. Zack. Blatt. Wie mir einfach immer nur hinterher gerankommt. Hochgesprungen kommt er auch hier wahrscheinlich. Toll, das ist falsch gelandet. Naja. Ups. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Ach komm. Ich bin schon wieder zu blöd. Jetzt aber. Die Frage ist, kann ich das so aktivieren? Ähm. Ja. Eigentlich ja, wenn ich so mach. Aufwärts. Nein 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 nein. Hehehe. 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 Ok. Es geht. Es funktioniert. nein und rüber was haben wir da unten ich habe ich keine lust wozu kann man zeit machen dafür ist das doch auch da dass du so ein blödsinn machen kannst was du willst wieder auf mich schießen wow vergiss es habt ihr keine pfeile für mich leute und halt auch noch ein eispfeil hallo hier bin ich so ja und er kommt mir natürlich wieder hinterher gesprungen und versucht den rest zu machen warte mal das ding muss ich auch rausschalten ach ne das ist ne küsse okay aber da muss ich auch oben rauf wow 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 warte mal ich habe keine pfeile im mist kann ich hier das wasser irgendwie auch ablassen das ist halt gerade die frage vielleicht sollte ich erstmal dieses ganz schnack platsche hier weg machen ja das war ne kombo äh das wollte ich gar nicht ich wollte das hier nein nicht das ich wollte den hier mein controller ey okay da ist nix okay da auch nicht wie wie toll hat nicht geklappt ach man doch das hat geklappt das problem ist ich komme da nicht rein ohne pfeile ne weil ich das ding da drin anhalten muss brauche ich wirklich fahre dafür brauche ich wirklich fahre dafür okay ah verstehe immer her und ich klebe mich einmal daran und dann ich brauche aber noch einen zweiten davon aber das habe ich nämlich auch schon gehabt und dann müsste das eigentlich wenn ich das hups jetzt habe ich das schwert weggeworfen habe ich schon mal geschafft und loslassen so ah jetzt ist das da an ich will aber meine waffen wieder haben danke es läuft das ähm ja frage ist müssen wir die dazwischen packen also wasser leitet ja klar nice komm her gib mal deine technik her man manche sachen sind so einfach und manche brauchst du jahre für so fehlt nur noch einer super einen einzigen noch link die frage ist nur wenn ich hier kurz weg gehen würde ob das alles so anbleibt oder ich nochmal alles machen muss weil ich habe nämlich echt keine Pfeile mehr ich probiere es halt echt aus aber ich speichere trotzdem nochmal weil dann gehe ich mir mal ganz kurz Pfeile kaufen weil ich brauche die nämlich ich muss das Ding da vorne ausschalten und anders komme ich hier halt sonst nicht weg weil da ist nämlich so ein Leuchtding drin dass das wahrscheinlich antreibt komm ich hier überhaupt weg eigentlich runterspringen tschüss bin mal weg jetzt müsste ich hier wegporten können na genau oh das ging vorher nicht ich gehe um wo ich weiß was Pfeile sind gibt es hier es tut mir leid ich kann hier nicht weg treffen wir uns später wieder klar bis später ich hoffe mal dass gut ich sag mal so sollte das halt wieder gemacht werden müssen geht schnell hochporten können wir uns ja hoffe ich mal hoffe ich mal weil wir mussten ja runter um da weg zu hochporten naja hey treffen wir uns später wieder ach was jetzt ist es doch bei uns im Dorf okay dann gib mal deine Pfeile die du hast ja ist gut ich wollte deine Lebensgeschichte Lebensgeschichte nicht mehr erfahren ich wollte alle Pfeile haben ein verstanden oh ah oh das Problem ist das Problem ist so jetzt ist halt die Frage nochmal alles Link ich habe auf dich gewartet komm bringen wir es zu Ende nein zum Glück nicht das Problem ist aber warte mal das Gute ist halt und da haben wir das Teil und dafür bräuchte ich die Dinge habe ich zu wenig dafür okay ich muss das jetzt mal abbrechen 1 2 3 4 5 war das glaube ich ne und einmal der hier die Fähigkeit ist so super plump 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 bauen das wollte ich nicht nochmal ich wollte die hier wieder machen ach Gott zack einmal umdrehen bitte ja die Fähigkeit ist halt echt genial gemacht deswegen ist das geh rauf Darling boink und aufwärts nein nein genau du sollst da lang höher 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 steig höher und tschüss das Ding ist gleich leer ich glaube das war ein bisschen viel ne warte mal ach okay nice nice na bist du schon hier ach man steht da was ne ach da ist er ja und das letzte geschaut Link gut alle sind bis zum rand gefüllt nun müssen wir nur noch die Vorrichtung in der Mitte verwenden das hätte ich jetzt nicht gedacht dass wir das müssen und was für ein Gegner ist in der Mitte gar keiner gerade aber ich höre schon wieder diese Musik dieses also nicht das eben eine andere Musik speichern so so